recht herzlich willkommen zu teil nummer 6 von planet nomads wir sind zurück und wollen was brauchen noch ein paar teile um was zu bauen wir brauchen irgendwelche platten die müssen wir hier erst produzieren diese jahr ein hammer auch noch ein ach so hier ein machen fünf sekunden kein problem da ist er und dann aus hier wir können es bauen so jetzt haben wir die kompatierte essens maschine food and drink maschine gut strom ist noch dran machen geht es hier nur um probieren geht da da müssen wir umgehen okay dann hat drücken und c hier drauf geklickt und dann da wo ist der anschlusspunkt ach so geht so okay läuft können wir jetzt aber wir müssen erst wieder zurück in normal muss dann drücken so jetzt können getränke machen essen machen alles was wir brauchen so jetzt brauchen dreckiges wasser und gefiltert ist sagen wir mal besser so und sag schon kräuter dann können wir es genießbar machen jetzt müssen wir hier noch mal rein gucken dass wir wollen da rein so damals da ist auch das ungefilterte wasser und wenn man die anderen sagen können wir überlegen dass da ein heißen ist es dass der oder doch so und da und wo kommt jetzt aber platz das kräuter behalten und da rein und das dreckige wasser können wir heute geht ja nicht rein so mitnehmen dann müssen wir erst kräuter suchen so wo finden wir die eigentlich kräuter ne biomasse jetzt hängen wir gerade fest was läuft falsch was sind das kräuter ne auch biomasse ja dann müssen wir gucken wo kräuter herkriegen gehen wir da mal hoch das irgendwie unwirksames gelände hier ja mal hoch so immer ein bisschen springen klappt irgendwie schlecht ne das im baum da müssen wir mal irgendwo fliegen so da ist ein stein nichts zu sehen hier da oben da ist einer da müssen wir nochmal rüber gucken wir zu dass wir da rüber kommen hüpf 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 und hier müssen wir besser hoch fliegen nochmal und da oben ist es oh und das wird er das richtige kriegen das ist ein baum oder oder das ist ein busch ne ein baum so da dran und ernten festhalten und früchte kräuter dreckiges wasser und ungefiltertes wasser noch etwas da sind noch ressourcen immer wieder zu unserem basis wenn man es der basis nennen kann Prozent Prozent die steil aus und wir wollen wir nicht runter und verletzen uns okay ja klappt soweit so und dann können wir frisches wasser machen gereinigtes wasser keine ahnung ok können wir so anklicken ok drei gehen und dann machen wir die anderthalb minuten dauern die ja da haben wir was noch hier sind noch früchte braucht man da und aber auch den sag schon heute das können wir hier aus den früchten machen das sind getrocknete früchte ok einmal machen und läuft was haben wir und jetzt sind gleich die früchte auch die getrocknet und früchte auch fertig dann können wir die auch nehmen ja gut gut biomasse superfood ist das was oder biopasta raus machen ok ja dann machen wir das da oder mehr geht nicht geht nur einmal machen wir dann ok ok dann können wir das auch essen zwar nicht viel aber geht ich bin gerade so fertig wenn wir das mit oder sowas dann ich glaube wir nehmen es mit woher früchte auch hatten egal machen wir da nochmal auf was können wir jetzt machen wir müssen erstmal ins baumen gucken das sind die klamotten alle eigentlich haben wir das schon alles ne das ist das nächste was wir brauchen könnten das haben wir den kompakten öfter ok da ist noch waffen ja weiß ich nicht waffenproduktion waffenschmiede das ist eine da können basis mit bauen ne ja gut das muss wir brauchen nochmal eigentlich ne also was machen wir jetzt dann können wir den vielleicht machen oder das ist der nächste dann gut dann brauchen wir den den wir hier machen nummer 6 und klicken und naja geht nicht ne wegen wir brauchen den rahmen wieder den basisrahmen dann müssen wir erst den bauen gehen wir hier hin zwei stück und machen geht ja zügig zehn sekunden sind die fertig und dann können wir das bauen beide und gehen wir da rum und dann bauen wir das hier so hin machen wir da gut und dann dann fehlen uns einige sachen also rund gerüst platten mechanische teile und elektronische teile gut gehen wir rum jetzt habe ich das bestimmt schon wieder vergessen was wir brauchen ne gut zwei haben wir das das da war einer noch dazu und wir haben ja schon welche da waren zwei bei einer zu viel und von den platten waren zwei haben was war das weiß ich jetzt gar nicht nehmen wir die erstmal mit elektroteile einer wird noch gemacht so dann haben wir den hier in vier war glaube ich richtig die rahmen noch aber wir haben eigentlich schon genug ne aber ist jetzt nicht schlimm über zwei mehr nehmen die platte fehlt noch ne oder wann das zwei waren wir uns vier ne ich glaub zwei müssen wir gleich nochmal gucken jo zwei stück davon gut kann man das hier aufmachen von hier aus auf jeden fall sehen wir was uns noch fehlt ne eine platte fehlt noch dann brauchen wir noch eine mehr brauchen wir zwei von läuft und da mal und von hier können wir es dann auch bauen ne so läuft fertig schon fertig wir brauchen noch strom so wieder rumlaufen und daran und den stecker reinstecken egal geht schon oder passt läuft jetzt können wir ja laser machen ne batterie für unter dingen sondern anzug anzug und das das jetpack und das multi werkzeug das ist bestimmt eins und das ist da oben zwei ja so soll man das vielleicht als nächstes in den angreif nehmen oder wird wohl schneller arbeiten wird wohl schneller arbeiten ok das machen aber höher höher 6 von 142 und noch so ein laser können wir keinen von bauen oder müssen wir die klamotten holen erstmal da haben wir hier in dem container aber noch was drinnen ne muss man mitnehmen dann carbon haben wir da auch 26 und silikon also die silizium da ist es 10 kann man das von hier aus machen geht auch von hier aus einmal einmal dann geht schon nächstes mal ne und die anderen sache wir brauchen da nicht einen von sondern vier von ok da müssen wir noch ein bisschen sammeln das ist ja nicht so schön gut dann müssen wir definitiv ressourcen noch sammeln gut das machen wir in der nächsten folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao